Was geht ab, Leute? Ich bin hier mit Al in Paris. Was hast du heute vor, Digga? Irgendwas ganz ekeliges. Digga, ich will leider ein paar Menschen anblehen, Digga. Dann werden wir mal sehen, ob du es durch dich hier in Paris bist. Hört ihr das echt an, Digga? Digga, hör mal auf. Was soll das? Habt Spaß, Leute. Bis gleich. Excuse me. Can I poop on you? Can I poop on you? Just pooping. That's okay? That's okay? Excuse me, is it possible to poop on you? Only a poop? No, that's fine. Only a poop. That's okay? No, no, it's fine. Excuse me, I have a question. Do you know where some pilots are? My stomach is just... Do you know any toilets? I don't know. Any toilets here? Toilets? Toilets, because I have to... My stomach, man. It hurts so much. Can I poop on you on your head? Pooh on his head? Excuse me. Oh my god. Oh my god. Basically I have to poop on you. Wie geht ihr denn? Halbets in Paris. Leute, ich sage euch, dieser Junge hinter mir hat keine Gruppe. Nee, Mann. Ja, Mann. Entschuldigung. Kann ich meine Finger auf? Ich kann meine Finger auf. Nein. Kommt. Oh, damn. Ich pute auf dich. Ladies. Surprise. Oh. Ich pute auf dich. Disgusting. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Guys. Guys. Excuse me. Surprise. Ich pute auf dich. Ich pute auf dich. Ich pute auf dich. Das ist okay. Ich pute auf dich. Ich pute auf dich. Kann ich... Ich pute auf dich. In deinem Kopf? Ja, ich bin sick. Ich bin sick. Ich bin sick, ja. Das ist gut. Das ist gut. Ist es bereit? Ja. Hi. Hi. Are you serious? Es ist okay. Es ist okay. Es ist nur pooping auf deinem Gesicht. Okay? Das ist das weirdest. Ich habe das gesagt. Es ist okay. Kann ich auch poop auf dich? Es ist nur pooping auf dich? Ja. Es ist nur pooping auf dich. Ist das echt? Ja, ich bin serious, Mann. Es ist okay. Es ist auf die Kamera. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Nein. Okay, noch einen Kuss. Okay. Ja. Ja.